Ja, das Lebewesen macht komische Geräusche, wenn es seine Emotionen zum Ausdruck bringt. Rollige Katzen jammern, brünstige Hirsche röhren, Hansi Hinterseer jodelt und unsere Comedians singen. Was viele vielleicht nicht bemerkt haben, während der Sendung haben sich Tätje und Mirja unsterblich ineinander verliebt. Achso, ja, ja. Ich erinnere mich. Geht doch, bitte schon mal auf die Bühne. Wir werden, glaube ich, jetzt ein kleines Duett hören, ein romantisches Duett von euch beiden. Aber es gibt ein Problem. Jeder findet an dem anderen eine andere Winzigkeit schlecht. Um welches sich jetzt handelt, das hole ich jetzt von Ihnen. Was denken Sie, mag Mirja an Tätje nicht so gern? Pickel. Pickel? Pickel? Warum? Fußpilz? Was? Nasenhaare, Nasenhaare. Fußpilz, habe ich, ja. Du möchtest Fußpilz? Nein, nein, das ist egal. Nasenhaare kriegst du? Und was mag Tätje an Mirja nicht so gern? Nasenhaare. Was? Starken Haarndrang. Den starken Haarndrang. Was? Lispeln. 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 Mag Mirjas Lispeln nicht so gerne? Aber die Lispeln doch gar nicht. Die Lispeln bestimmt nicht. Was? Also, du hast die Nasenhaare. Die Nasenhaare stören dich am Tätje und den Tätje stört das Lispeln von der Mirja. Wahrscheinlich, wenn sie sehr aufgeregt ist, dann lispelt sie, oder? Ja. Also, ihr beiden Turtel-Täubchen, fassen wir nochmal zusammen. Trotz dieser Hürden werdet ihr jetzt musikalisch zueinander finden. Trotz Lispeln, trotz Nasenhaaren und mit wem wohl? Mit unserem... Ich habe eine Frau, doch eines macht ihr Stress. Was sie nicht sprechen kann, ist ein richtiges S. Ich bin mit Harald zusammen schon so viele Jahre. Und frag mich jetzt, war das lange Naher an der Nase immer schon da? Warum es bei uns heftig kriselt, der Grund dafür ist, dass sie lisbelt. Ich sag's nicht gern, doch er hat sogar dort gehörig viele Schuppen. Als ich sie kennenlernte, hatte er sie rasiert. Er wollte mich betuppen. Fertig. Jetzt ahnt man's schon, was ich auch ahme. Was sie nicht schafft, ist, Susi, sag mal saure Sahne. 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 Nasenhaar. Ich rasier's für dich ab. Ist nicht für Nasen da. Nasenhaar. Oh, mein Nasenhaar. Ba, ba, ba. Mit Nasenhaar hast du mich kennengelernt. Sie waren rasiert. Sie haben dich nie gestört. Was willst du von mir? Es gibt Geräte, die stark vibrieren. Vielleicht könntest du sie in deine Nase einführen. Und ich hab nen kleinen Tipp. Ich schick dich nach Spanien, Italien oder Schweden. Dort finde ich für dich den allerbesten Logopäden. Lern das S. S. Lern das S. Und ich rasier mich. Lern das S. Lern das S. Von diesem großen emotionalen Moment müssen wir uns jetzt alle ein bisschen erholen, wir sind gleich wieder da.